Hallo Leute und willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Und zwar für die, die aufmerksam aufgepasst haben, und das, wann werde ich ausgehen, dass das die meisten gemacht haben, denen wird aufgefallen sein, dass ich seit einer Woche kein Video hochgeladen habe. Das Problem dabei war, ich war etwas sehr beschäftigt mit anderen Sachen. Das tut mir wirklich furchtbar leid, glaubt es mir wirklich, ich könnte mich töten dafür. Nein, das werde ich nicht, denn dann könnt ihr ja überhaupt keine Videos mehr sehen. Und das war was in Skype. Jedenfalls, ich wollte eigentlich ab jetzt wieder mehr Videos machen, da ich die Sache, mit der ich beschäftigt war, eigentlich jetzt fertig habe. Und leider ist es dann so gekommen, dass wir jetzt Ferien haben und ich deswegen auf Urlaub fahre. Und zwar von morgen angehend, also Montag, bis Donnerstag. Deswegen werden da leider keine Videos kommen können. Und deswegen bitte ich noch etwas Geduld von allen meinen neuen Zuschauern und alten Zuschauern. Ich verspreche euch, dass danach wieder mehr Videos kommen. Auch die üblichen, früher üblichen, ein Video pro zwei Tage, die ich hatte, bevor irgendwas passiert ist. Keine Ahnung was. Naja, jedenfalls noch schöne Tage. Ferien haben wir jetzt nicht mehr viele. Ich wohne ja in Österreich, deswegen haben wir dort andere Ferien als die meisten. Ich habe sogar von einem gehört, der überhaupt keine Semesterferien hatte. Naja, also wünsche ich euch einfach schöne Tage. Und bis zum nächsten Mal.